Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Komad and Conquer the Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der MAD. Ausnahmezustand ganz genau und ja, wir wollen jetzt hier weitermachen. Was zu? Lass du den Sammler in Ruhe, Mann. Wir wollen jetzt hier weitermachen und hoffentlich hier mal ein bisschen gleich die Karte erkunden können. Der Gegner sollte bitte meine Sammler am Leben lassen, weil das wäre schon extrem nervig, wenn er da jetzt den Sammlerplan machen würde. Und ja, die Raffinerie ist ein bisschen zu weit weg, ne? Wartet mal. Ja, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen gefährlich ist, was ich hier mache, aber so, genau. So. Ach du Scheiße. So, mach diesen Raketenwerfer weg. Perfekt. So, wunderbar. Dann habe ich hier den Tempel. Oh Mann. Okay, Leute. Und dann würde ich sagen, baue ich nach einer Raffinerie hier hin? Nee. Nee, nee. Das muss so reichen. Selbstverständlich. Okay. Leute, gut. Wir haben einen Bauhof. 5000 wieder? Not Mod. Würde ich aber bauen. Ja, bam. So. Und bam. Bam. TTI-Mammutpanzer, ey. Und bam. So. Sehr schön. Boah, die Sounds, die können einen schon verrückt machen. Finde ich. In diesem Turm da. Aber gut. So, da fahren die Panzer natürlich hier rum, ne? Ist klar. Ähm, yo. Hier muss ich mir den Weg freikämpft. Ach du Scheiße. Gut. 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 Dann, zack. Und weg damit. Perfekt, liebe Leute. Und, ähm, ja. Dann erzählt mal, wie es euch so geht. Ähm, wie geht's wie immer eigentlich fast, äh, sehr gut. Nein, lasst das doch. Und, ähm, hallo. Und, äh, ja, wie ich das, ich nehme es nach wie vor hier an diesem Freitagabend auf, Wochenende, steht vor der Tür und, ach du Scheiße, wie viele Einheiten hat er hier rumfahren. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. So. Meine Güte. So, dann würde ich sagen, baue ich mir Gummipanzer. So. Sehr schön. Und wir haben die Karte erkundet. Sehr schön. So. Bam. Und, bam. Und, bam. Vor allem den hier, ey. Und, bam. So. Sehr schön, Leute. Und, bam. Sehr gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bauen wir uns auf. Hier unten ist noch ein Gummipanzer. Ach du Scheiße. Ähm, ja, danke. Pennei. Hat da wieder mein Verteidigungsturm hier weggemacht, ey. Das ist nicht wahr. Und das ist auch dreist, ne? Wenn er mit seinem Sammler, äh, direkt vor meiner Haustür fährt. Ähm, ja, wo kriege ich dann jetzt die Kohle her? Ähm, scheiß, äh, das reicht doch nicht hier. Ähm, ähm, ja. Jetzt ist hier gerade irgendwie Mist. Die Gummipanzer können uns doch nicht mit den beiden Panzern aufnehmen. Okay. Ähm, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Shit. Okay. Dieser scheiße Ionenschlag, ne? Der geht mir so auf die Nerven, dass der immer meinen Laserturm wegnimmt. Mann, das ist doch nicht wahr. So, was baue ich denn da gerade? Vielleicht lasse ich das erstmal. Ähm, ich muss mir nämlich erstmal den Weg hier freikämpfen. So, Faust von Not. Zehn Stück am besten. Und bam, 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 bam. So. Meine Güte. Vielleicht lasse ich erstmal den Tempel. Ähm, ha, dieser Raketwasser. Nein, lass den mal. Dann, äh, der kann den sogar schwächen. Ja, das ist doch schon mal cool. Okay, Leute. Ähm, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal zehn Gummipanzer bauen, um mir halt unten den Weg frei zu kämpfen. Ach, dieses Arsenal, ey. Dieses Arsenal. Das macht mich fettig, ey. Aber gut. Ja klar, die GDI, die haben Raketenpanzer, die haben Kampfpanzer, die haben Mammuts, die haben einfach alles. Das ist so ein Scheiß. Aber gut, dann weiß ich ja auch jetzt, dass die Kohle hier verdammt nochmal begrenzt ist. Ne? Also, viel ist hier nicht. Aber woher soll man das wissen, wenn man die Missionen nicht kennt? Ne? Also, ich kann es nicht wissen. Es tut mir leid, wenn wir da auch ab und zu mal neu starten müssen. Aber, ja. Was soll ich da machen? Ne? Das ist irgendwie blöd, wenn man es nicht weiß. So, bam. So, und hier. Und zack, und zack, und zack, und zack. Der mit seinen Einheiten. Meine Güte. So, und hier. Bam. Bam. So. Weil Turm nachbauen, äh, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht leisten. Nicht in meiner Situation. Nein. Und, ja. Dann würde ich sagen, bauen wir weiter Gummipanzer. Äh, das sind nur Mäniken. Die kriegen wir hin. So, Leute. Wenn dann gleich nämlich die Kohle weg ist hier, dann, äh, werde ich hier links mich freikämpfen. So machen wir das. So machen wir das, Leute. Gut. Ähm, das haben wir schön hier oben, das weg. Ist auch, ist auch nicht mehr viel da. Ist auch nicht mehr viel. So. Okay. Dann ist ja auch bald die Kohle weg. Verdammt nochmal. Okay, gut. Egal. Das schaffen wir noch. So, perfekt. Wunderbar. Dann haben wir eigentlich unsere 10 Gummipanzer. Und können uns hier freikämpfen. Das machen wir auch, Leute. Das machen wir auch. So, der kann noch eine Ladung bringen, schätze ich mal. Sieht so aus. Ja. Okay. Gut. Jan. Ja, da kommt der Penner jetzt wieder mit seinem Scheiß-Ionen-Schlag. Ähm, ja. Sammler bleibt mal hier, bitte. Und ihr? Fahrt mal bitte hier runter. Genau. Ich muss mich da freikämpfen. So, du bist voll, ne? Du bist gleich voll. Ja, klar. Jetzt kommt er. Och. Da will ich mich gerade hier vorkämpfen. Achso. Ach, okay. Ja gut. Nö. Dann. Dann mach diesen Mammut da platt. So, genau. Gut. Ähm. Dann haben wir jetzt hier die Situation, dass wir uns hier durchkämpfen müssen. Unbedingt. Leute. Sammler bleibt bitte hier. Verdammt noch mal. So. Ähm. Hm. Ich hab hier keinen Turm mehr, ne? Och, Leute. Seid ihr denn bescheuert? Seid ihr denn echt bescheuert? So, ihr macht bitte hier die platt. Vor allem diesen Raketen-Ding da. So. Äh. So. Und da diesen Panzer. Ja, toll. Ja, ähm. Einheiten kommt bitte zurück. Das ist, äh. Ihr müsst bitte einmal zurückkommen. Wie viele Scheiße der hier rumfahren hat, ne? Unfassbar, Leute. Und die Gugli-Panzer halten natürlich nichts aus. So. Mein Gott, ey. Die halten natürlich nichts aus. Gut. Aber die Sammler? Die können hier hinten hinfahren. So. Meine Hüte. Keine Kohle mehr, ey. Ja. Da kommt noch ein Mammut. Natürlich. Da kommt noch ein Mammut. Na klar. Als ob ich nicht schon genug Verluste hab hier. Ey. Leute. Mein Gott. Was zur Hölle? Ja, das war's. Jawohl. 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 Ja. Das war's. Ey. Was ist das für ein Gag? Oh Mann. Kam der da mit dem Hubschrauber an? Ich glaub das nicht, ey. Ich glaub das einfach nicht. Verdammte Kacke. Also wirklich. Brech diesen Tempel ab. Jetzt kommt der Marmut auch noch auf meinen Sammler oder was. Ne. Also. Ne. Nochmal laden. Äh. Den Sammler? Äh. Nein. Definitiv nicht, ey. Was ist das für ein Müll? Ey. Wirklich. Das ist eine Müll-Mission. Ne. So. Bamm. Hier. Direkt weg. So. Alter. Alter. So. Gut. Ähm. Was soll ich sonst bauen? Ich hab nur Gummi-Panzer. Mann, nee. So. Muss, glaub ich, schnell sein, ne? Ich muss, glaub ich, mir schnell hier den Weg freikämpfen. Ja, klar. Was auch sonst. Scheiße, ey. So, wartet mal. Ich sammel die mal hier. Ja, klar. Du mal Raketenwerfer. Mann. So, ähm. Die haben, glaub ich, hier so einen Weg, oder? So einen Patrouillenweg hier. So, wartet mal. Äh, ja. Da ist wieder dieser Kack hier. So, okay. Sehr schön. Welter Schmied, ey. So, ähm. Dann kann ich schnell hier hingehen und den Sammler direkt mitnehmen. Abgebrochen. Jawohl. So. Puh. Das ist schon heftig, ja? Das ist echt heftig. Muss ich sagen. Fahr die doch platt, Mann. So. So, und dann den Mammut hier. Und Sammler, komm bitte runter. So. Dieser blöde Mammut. Und dann kann der Sammler hier sammeln. Oh mein Gott, gut. Alles klar, mein Mann, ey. So. So. Ähm, gleich kommt hier der Hubschrauber, da muss ich eine Flak bauen. Scheiße, ey. Aber okay. Mein Gott. Der Gegner, ey. Der Gegner, der nervt. Und zwar richtig. Und zwar richtig. So. Die Flak. So. Okay, super. Ähm. Dann haben wir hier jetzt noch die Reste. So. Dann kann man das reparieren. Alter Schwede. So, okay. Dann einmal diesen Turm nachbauen, weil da gleich ein Ionschlag kommt. Gut. Ähm, ja. Ansonsten, äh, pfuf. Und zack. So. Reparieren bitte. Ich habe mich ganz gerne ein Türmchen noch. Ah, perfekt. Perfekt. Was? Was zur Hölle? So. Die eine Flak hier, die ist wichtig, nämlich. Für den Hubschrauber. Der da gleich kommt mit den Kack-Invasoren. Und. Ja, hier habe ich jetzt nur einen Kampfpanzer. Ja gut, den kriegen wir hin. Leute. Den kriegen wir hin. So. Der Turm ist ready. Sehr schön. Ha. Perfekt. Das wusste ich, dass. Das kommt, ey. So, dann weiter hier. Weiter im Text. So. Und. Gubi-Panzer bauen. Wunderbar, Leute. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir es geschafft, wollte ich gerade sagen, ey. Aua. Die ziehen auch so viel ab, ey. Da ist sein Sammler. Ha. Okay. Aber den werde ich erstmal nicht angreifen. Oder? Doch, kommt. Auch wenn ich mir jetzt hier vollen Zorn auf mich ziehe, ist mir scheißegal. So. Jawohl. Ah, gut. Da kommt noch ein Raketending. Ich mach den platt. So. Alles klar. Ich hab irgendwie voll Schiss vor diesen Raketenpanzern. Keine Ahnung warum. Obwohl die eigentlich nicht viel Schaden machen. Na, das ist... Die treffen auch manchmal nicht. Aber diese Raketenwerfer sind schon übel, glaube ich. Ja. Und. Ja, dann muss ich mich jetzt hier weiter durchflügen. Wo noch mehr Jeeps? Was will er denn mit Jeeps? So, Kampfpanzer. Weg mit dem. Weg mit dem. Und sehr schön. Ach, du Heilige. Okay. Okay. Und zack. Und zack. Und hier, zack. Sehr schön, liebe Leute. Gut. Noch ein Kampfpanzer. Den kriegt ihr aber auch platt, oder? Den kriegt ihr aber auch platt. Sehr schön. Und das Mini geplatt fahren. Sehr gut. Und bam. Und das war's. Aber wir haben es uns schon gut hier durchgeflügt. Geflügt. Ja. Sehr gut. Wir haben ja noch weitere drei Gummipanzer. So. Und der Jeep hier. Bam. Und ja, Leute. Dann erzählt ruhig mal, ob euch das hier gefällt. Was ich besser machen könnte vielleicht auch. Würde mich verdammt interessieren. Wenn ihr es nicht so gut findet, erzählt ruhig auch mal. Ich bin offen für jedes Feedback hier. Und ja. Bin ich mal gespannt. So. Und dann weiter. Ach du Scheiße. Okay. Da ist eine Basis. Okay. Nein. Fährst du nach Hause, ey? Fahrt doch. Ja, lasst euch ruhig abballern, ey. Mann. Ja gut, egal. Die kann ich ja reparieren. Ist ja nicht schlimm. So. Du bleibst bitte auch hier. Mein Gott. So. Gut. Ich glaube, dann werde ich einen kleinen Mix machen. Aus Einheiten. Und zwar Flammenpanzer und... Flammenpanzer und Gummipanzer. Sorry. Und ja. Da oben ist auf jeden Fall Dead End. Okay. Schon mal gut. Boah, wie lange der zum Reparieren braucht, ey. Unfassbar. Gut. Dann fahren wir da rein. Und reparier diesen Sammler bitte. So. Bitte. So. Perfekt. Die 100, die bringen schon gut was, muss ich sagen. Die bringen schon was. Und... Ähm... Ja, dann haben wir eigentlich hier oben noch, ne? Das ist eigentlich besser, ja? Dass wir da oben noch was haben. Wartet mal. Ich speichere das Ding erstmal. Mission 3 Add-on. Ja, wie gesagt. Dieses Add-on ist echt scheiße schwierig. So, Leute. Dann hoffe ich mal, dass der Sammler hier in Ruhe sammeln kann. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Sehr schön, Leute. Oh, gut. Alles klar. Dann fahr du bitte hier unten hin. Und noch einmal ein Not-Mod und da fährt schon ein Panzer her, ey. Unglaublich. Da fährt einfach schon ein Panzer her. Ach, Mann. Ach, was ist das denn da draußen? Sieht aus wie so ein UFO. Naja. Egal. Ähm, gut. Mein Motorrad ist da. Sehr schön. Und, ähm, ja. Was ich hier irgendwie merke in diesem Add-on ist einfach, äh, die Geld, ähm, Beschaffenheit hier, die ist extrem knapp gemessen, ne? Ja, komm. Du kriegst den eh nicht. So, ähm, dann hier oben ist weiteres Tiberium. Noch viel mehr Tiberium. Ach, du Heilige. Ähm, okay. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Okay, Leute. Oh Gott. Der hat den Sammler angegriffen. Oh Mann. Okay. Ähm, jo. Dann einfach mal weiter. Reicht schon. Reicht schon. Alles gut. Und dann kann ich die Sammler ja... Kann ich noch einen Sammler bauen? Dann würde ich die Panzer da, die da versuchen, das Tibieren zu beschützen, nämlich jetzt mal platt machen. Weil ich möchte jetzt die Kuhle haben hier, eh. So, dann macht die Platt los. So, dann macht die Platt da. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Sehr schön. Und bam. Genau. So. Sammler ist da. Der kann bitte hier oben hin. Was zur... Warum reicht das denn nicht? Ach, das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert jetzt. Ja gut, egal. Ähm. Dann lass den ruhig kommen. Dann lass den ruhig kommen. So. Okay. Gut. Der Sammler kann bitte das Manic-Glatt fahren. So. Flatsch. Knochenbrecher. So. Sehr schön. Ähm. Schicke ich diesen Sammler jetzt aber auch hier hoch. Ich habe vielleicht die Basis hierhin aufbauen müssen, ne. Aber, ähm. Weiß man im... Nachhinein immer besser. Ähm. Der liebt das, ne. Das weiß man im Nachhinein immer besser, wenn hier... Kohle ist, aber... Hier sind ja die Mammuts hergefahren am Anfang. Deswegen war das eigentlich uncool. Was zur... Dieser Bürger hier, ey. Die Shelley. Ah, ja. Okay. Ah, gut. Dann reparier den. Weil der ist überlebensnotwendig, dieser Turm. Wirklich. Und bam. Und bam. So. Gut. Dann habe ich da meine Geldquelle. Kann ich da vielleicht sogar noch eine Raffinerie hinbauen, ne. Gute Idee, Leute. Kann ich da noch eine Raffinerie hinbauen, hier oben. Um mir dann in der nächsten Folge eine vernünftige Armee aufzubauen. Ach du Scheiße, schau dich das an. Um dann hier oben drüber zu rennen. Ja. Drüber zu rollen. Der Gegner, der sammelt auch hier, ne. Ja. Gut. Egal. Gut, dass ich das Erzfeld hier... Ach, Erzfeld sage ich schon. Tiberiumfeld hier gefunden habe, ey. So, dann verkaufe ich das Ding hier unten. In Ordnung. Perfekt. Da müssen die Sammler nämlich nicht immer so weit fahren. So, wunderbar. Jawohl, Sir. In Ordnung. Dann können wir uns aufbauen. Richtig, Leute. Und perfekt. Dann habe ich jetzt vier Sammler im Einsatz. Das wird heftig. Wie. So, dann. Was kommt da? Pss. Ja gut. Die sind mit einem Schuss tot. Boah. So, mach die kaputt. Und zack. Das war's schon. Team Manneken. Ja, ja, komm. Jawohl, Sir. Oder wartet mal. Nein, nein. Mach mal diesen Jeep da weg. Ist eine gute Idee, glaube ich. Damit der mich nicht mehr so nervt hier. So. Und bam. So. Sehr schön, Leute. Dann, würde ich sagen... Gummipanzer. So. Dann haben wir die erste GDI-Welle mal überstanden. Wir haben die erste GDI-Welle mal überstanden. Mach mal das hier platt. Mal gucken, vielleicht ist da was drin. Abduls Haus hier. Ist aber, glaube ich, nichts drin, ne? Ne, leider nicht. Ah, verdammt. Na gut. Da ist der Hubschrauber. Was macht denn den Flak da? Unnütze Flak, ey. Was nimmt er ein? Unnütze Flak. Unnütze Flak. Ohne Scheiß. Unnütze Flak. So. Nutzlos. Dann verkauf die Scheiße wieder. Mann, ey. Jetzt kann ich mir die Sachen wiederholen. Ach, das ist so zum Kotzen. Diese Flaks hier, ne? Einfach nur nutzlos. So, hol dir die Energie. Mann. So. Diese Drix Flak. Wirklich. Schieß die einmal und, äh, ja. Kein Bock mehr, ne? Tipp out weitere. Na gut, egal. Kann man, kannst du platt machen. So. Mein Gott. Blöde Invasoren. So. Dann hier wieder verticken. Und weiter Gummipanzer bauen, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, dann stellt ihr euch mal da oben hin. Hat da noch ein Jeep, okay. Oh, die Kohle geht schnell weg hier, ne? Aber dafür kriege ich auch ab jetzt vernünftige Einheitenmengen. Das ist doch schon mal gut, ey, so. So. Sammler dann, sammle du bitte hier. Ja. So, da haben wir acht Gummipanzer. Gummipanzer. Zehn Stück, ja. Gut, liebe Leute. Dann sind wir auch schon voll in der Folge. Na, dann mach ich mal nicht noch diesen Jeep hier platt. So, bam. Und diesen Panzer. Mal versuchen. Nein. So. Nein. Ah, verdammt. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Äh, würde mich sehr freuen. Und lasst die Glocke läuten. Und, ja, dann würde ich sagen, äh, wie es hier weiter geht, sehen wir beim nächsten Mal. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag. Ne? Tschü, tschü.